Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Reignum mit dem Flo-Star. Hallo! Flo-Star! So, jetzt hat er Magier gemacht. Ich werde hier Jäger. Seid ihr bereit Jäger werden? Ja! Jetzt ist er auch am Läden der Iazid. So. Und wir... Jetzt gehen wir uns mal zurück. Zurücksetzen. Trainieren. Also, Aufklärung. Verstrickter Pfeil. Das möchte ich gern. Machen wir das noch nicht. Haustiere. Da möchte ich alles machen. Tarninstinkte. Haustier. Heilen. Dann mache ich mal zwei Punkte. Ja, zwei Punkte hier. Ein Punkt in Heilen. Im Kurzbogen möchte ich alle Punkte setzen. Doppelschuss 1. Schneller Schuss 2. Hier auch einen. Und dann hier noch Auswechtechniken, aber nur Beweglichkeit. Ja. Dann kann ich noch einen Punkt hier rein tun. Mal austesten. Genau. So. Doppelschuss. Schneller Schuss. Widersteckender Pfeil. Ähm. Beweglichkeit. Dann bin ich ja mit dem ja noch stärker wie mit dem Pfeil. Haha. Also der Ding, äh, wenn du auf, ähm, Stabbeherrschung machst, bist du richtig stark. Weil, ähm, Intelligenz macht, glaub ich, nicht stärker die Zauber, aber den Zauberstab macht er stärker. Und wenn du da Punkte investierst, hast du recht, bist du recht stark. Und in die Pads. Pads werden auch richtig stark. So, wir müssen hier mal uns sichern. Achso, ein Level 10 für du? Ich bin Level 10. Okay. Also ich helfe, ähm, ja, ich helfe dir am besten ein bisschen. Ähm, eben Quests am besten noch nicht machen. Einfach leveln. Bei, ähm, gelben Gegner am besten. Wenn du die schaffst. Und, ähm, ja. Dann, wenn wir gleich sind, dann kannst du, ähm, ja, mir helfen, heilen und so. Und, ähm, immer wenn du nicht aufnimmst, manchmal kannst du ja die Quests dann nachholen. Und, ja, bis zur dritten Start und dann machen wir die Quests gemeinsam machen im Let's Play. Okay. Gut. So, da eben Floß da einen Beschwer macht, kann er dich nicht rein. Umso länger ich meine Tasche hält, umso stärker werde ich. Aha. Gut. Ich bin schon Level 3. Hm? Hm? Ja. So. Ähm, ich bin gleich da. Der Stein ist eben noch hier, den man nicht erreichen kann. Ich lade dich mal ein. So. Dann sehe ich, wer du bist. Immer noch da oben, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die Ding, ähm, die Kreatur zählen kann. Scheinbar nicht eine schwarze Witwe möchte ich. Also, dann mache ich mal. Komm. Ja, greif doch an. Jetzt. Besänftigen. Ist zwar eine schwache Kreatur, aber immerhin. Ja. Lol, der greift sie an. Haha. Der greift sie noch an, kann sie aber nicht attackieren. Der läuft jetzt hinterher. Haha. Okay, ich habe ein neues Pad. Eine Wache. Einen Wächter. Der patrouilliert. Also, ich habe kein Reit hier. Ja, das Reit muss ja abholen für sieben Tage und... Ja, wir können ja noch eins kaufen. Ja, eins kaufen. Ja, eins kaufen. Ja, jeder Charakter braucht ein eins. Ach, das bekomme ich ja noch. Mhm. Das sieben Tage bekommst du noch, ja. Ja. Vom Start, ähm, Ausrufe. So, jetzt haben wir hier neue Symbole. Das ist zum Beispiel folgen, verteidigen, unterstützen. Angreifen. Machen wir mal angreifen. So, und da oben ist der Flos da. Oh. Das war zarrig. Ja, das ist der Stein da. Ja, einfach runterrutschen. Genau, und jetzt auf ihm. Oh. Oh. Schau, ich habe ein Haustier. Oh, wie das? Eben, Jäger können ein Haustier haben. Ach so, Jäger. Jäger können immer Pets haben, ja. Ja, und ich bin ja kein Jäger. Du kannst beschwören dann mit dem Ding. Die sind zwar nicht, ähm, permanent. Aber dafür sterben sie auch. Also, sie können schon sterben, aber dafür muss man sie nicht dann immer wieder benehmen. Ähm, ich will noch heilen. So, und jetzt Auktionen. Wo sind die Ding? Angriff. Und... Schlafen. Wo ist das? Ausruhen. Gut. Jetzt heilen wir mal das Haustier. So. Erfolg. Dann, ähm, gehen wir am besten zu deinen gelben Gegner, wo gelbe sind. Ja, ich habe gerade schon ein paar Sachen umgekommen. Ähm, mit der muss ich sprechen. Ich mache schon ein paar Quests. Also, ich mache meistens mit neuen Charakter. Nur die Quests, wo ich Items bekomme, die anderen lasse ich. Mach sie dann später und bekomme dann das Geld an. Wenn man es am besten gebrauchen kann. Ja, dann bekomme ich einen neuen Zauberstab. Ja, eben. Dann mach die Quest noch. Ähm... Oder soll ich warten bis hier, äh... Nein, 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 nein. Aber was für ein Quest... Ist da... Ach so, kennst du eigentlich den Trick da am Zeppelin? Mit Zeppelin? Ja, den Trick am Zeppelin. Nein, was ist das? Wenn du... Wenn du den Quest machst, äh... Wenn du den Quest machst, musst du doch im Zeppelin doch... Ja. Äh, jemand besuchen. Mhm. Derb einfach in der anderen Welt, dann kommst du hier wieder her und dann hast du die Quest, äh, schon geschafft. Aha, ja, klar, ja. Und die gibt ja ganz viele Erfahrungen, ja. Und... Und Geld, glaub ich, auch noch. Dann mach am besten die Quest jetzt. Tötet ein einfache Übungsgruppe. Ach so, okay. Mach dann die Quest jetzt, wenn du sie schon hast, ja. Ja. So, wir gehen mal runter. Schau mal da unten. Ob es Magnaniten gibt. Ob es Magnaniten gibt. Ah, das wird lustig mit dem Jäger dann trollen ein bisschen, weißt du. Weil man sich unsichtbar machen kann. Sehe ich dich auch unsichtbar, oder? Ich weiß nicht, ob Neutrale mich sehen, aber... Nein, ich glaub nicht. Aber andere Jäger können mich aufdecken. Ob das machen die wenigstens? Ich glaub ich, die Meisten haben das auch nicht geskillt. Hm. Es gibt nichts da unten. Ah ja, ich war ja vorher schon da. Ich hab nicht genug Manna. Ich hab ja vorher schon aufgeräumt. Ja genau. Es ist eben Skill auf... ähm, Stabbeherrschung. Nicht auf Zerberspruch. Nicht auf Zerberspruch. Oder nur ein Zerberspruch am besten. Failball oder so. So. Mal schauen, wie weit... Ah, am 4. Gut. Komm, du schaffst den. Soll ich mal einen Schlag greifen? Kann ich dann eigentlich auch angreifen? Nein. Du kannst jetzt nicht da angreifen. Doch jetzt? Ja, schieß weiter. Nein, nein. Schieß weiter. Ja, sonst besiege ich ihn. Noch einen Schlag und ich besiege ihn. Ja, jetzt ist sie ja da unten fast. Komm. Du schaffst es. Äh, sie heilt sich schnell. Ja, du schaffst es, komm. Ich hab keine Manna mehr. Ja, jetzt hast du es ja geschafft. Gut. Hehehe. Wow. Level Up. Hehehe. Level 3. 4. Level 4. Level Up. Okay, wir können jetzt machen... Zu einem gelben Gegner. Am besten hier ins Tal rechts. Da hast du sicher irgendwo gelben Gegner. Ja. Orange bringen glaube ich nicht so viel. Ich schieße einfach verstrickte Pfeile drauf. Kann das sein, dass ich irgendwie schneller brenne wie du? Nein, gleich schnell. Ja. Ja. Ja, die items, die Beweglichkeit geben, kommen erst später. So. Da, 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 da. Oh, grüne. Ja, okay. Kann ich mich austoben hier. Ja. Der verstrickte Pfeil ist cool. Ah, ne, anspruchsvoll. Nein, nein, nein. Scheiße. Egal. Was mach ich denn halt? Du musst angreifen, Pat. Das ist, das Pat steht nur da. LOL. Ja, mach man den halt auch, anspruchsvoll. LOL. Zwei Schaden. Boah, ich bin fast tot. Ach, grad immer hab ich gedacht, hey, wieso steht da eine Spinne? Wieso steht da eine Spinne? Die spinnt, die Spinne. Na, bekommst du Erfahrung? Ja, bekomm ich. Also, du greifst immer an, ich greif nach. Oh, keine Herausforderung, oh. Echt jetzt? Oh, sorry. Aber ich bekomm vier. Ja, ja. Ich will ja, dass du auf Level 10 kommst. Damit du mich heilen kannst, du Opfer. Ähm, gerne mach mal die anspruchsvolle da. Bist du bei kleinen grünen Käfer auch was? Mhm. Nicht? Die sind alle so Level 3, 4, 5. Ungefähr. Okay. Also keine Herausforderung. Das ist keine Mana mehr. Ja, später bekommst du dann so ein Passives von dir Mana wieder schnell. Aber Leben wird bei mindestens so viel abgezogen. Ja. Am Anfang tun die Gegner auch nicht viel Abziehen. Ich habe keine Mana mehr, wenn du... Ich weiß nicht, wieso meine Spinne... Bleib jetzt einmal auf Angriff, du blöde Spinn. Ich weiß nicht, wieso das... Ja. Greif dich nicht an. Man muss es manuell machen. Ja, man muss es manuell machen. Ich könne mich nicht als mit die Eker aus. Ich musste auch zuerst lernen. Greif dir auch andere Spinnen an, oder? Ja. Echt? Oh, kein Mana. Meine Fresse. Oh, du bist mein Mana-Retter. Scheiße. Entschuldigung. Ja. Wenn du dich zu denen bewegst und dann klärst, kann ich nichts sehen. Ähm. Jetzt habe ich nichts. Bekommst du überhaupt genug Gefangen? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ich bin schon wieder über die Hälfte draußen. Okay. Weil die EXP werden ja aufgeteilt. Nur für mich rein, oder? Du kannst doch mal ein Gegner selber bestiegen. Mal schauen, ob du mehr Erfahrung bekommst. Ja, okay. Es bringt nicht zu viel, wenn du sehr langsam tötest. Sieben... Ja, okay. Ähm. Du mal ausruhen. 4 EPs. Du mal ausruhen. Ich ausruhen? Ja, wegen der Mana. Mano, ja. Du kannst doch besser angreifen und schneller, Typ. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Ich will mal kurz schauen, ob die Dinger da unten jetzt eigentlich schwerer sind oder so. Die Piraten. Ab Level 16 und 15 sind die Bögen, ich brauche einen besseren Bogen. Ja, die sind blau. Ich greife mal einen an. Beter, da steht, wenn er kämpft. 66er Verhangspunkt, hm, nicht so viel. Hast du gesehen, ähm, die Spinne war schon umgekehrt und ist dann zu dir geglitscht? Da ist noch eine Spinne. Ja, bringt gar nichts, sie zu stunnen, weil sie schon tot war. Genau, ich weiss, was ich mache. Ich kämpfe mit dem, ähm, mit dem Ding. Kleine Grüne Wäfer. Da bekomme ich am meisten. Jetzt greift nur das Pad an, ich nicht. Ja, ja, hm, kann man das nicht machen, dass es automatisch angreift? Keine Ahnung. Ich weiss nicht, wieso ist das Pad die ganze Zeit, ähm, dass es nicht automatisch angreift? Keine Ahnung. Ich mache so viele Fische an. Fleisch. Fleisch kommt weg. Fleisch kommt weg. Krieger. Wir haben keine Krieger. Verkauf sie lieber. Verkauf die Sachen, die Looten am Anfang. So, ich mache Level 3. Trainingszauber. Okay. Und vielleicht dann mal zum Skate-Trainer gehen, um neue Cyborg zu bekommen. Woher? Ähm, mach jetzt das Level noch. Ja, ja, mach das für Lächer. Ich brauche noch ein paar. Jetzt. Jetzt bin ich Level 5. Jetzt. Kann ich noch mehr. Erfahrung boost lässt nach. Gold-Bonus inaktiv. Wf. Oh, da ist schon jemand. Keifer? Du schaffst das. Ja, du hast es geschafft. Kräft den Zombie Pirah. Na halt, Zombie Pirah. Das kann ich nicht wahr. Das bringt nichts. Nein, das bringt nichts. Die sind bei mir auf Unmöglich. Welch, bekomme ich da auch Erfahrungs-Punkte? Wahrscheinlich schon, aber nur wen. Du bekommst gar nichts. Ja, ja, eben. Unmöglich ist. Genauso wie keine Herausforderung bekommst du nichts. Also, ähm, dann quest du noch mit Quests, äh, level noch du mit Quests, das geht schneller und wir gehen mal kurz ein paar andere Quests machen, damit wir wenigstens ein bisschen stärker sind, ein bisschen Erfahrung auch bekommen. Also du bist in, äh, wieviel der Stadt? In der zweiten noch. In der zweiten mache ich noch alle Quests. Und, ähm, dann tust du, ähm, wenn ich mal nicht aufnehme, ein bisschen bis Level 11 leveln. Und dann machen wir gemeinsam, dann kannst du nämlich mich auch heilen. Und du kannst dann beschwören und du hast mich. Und dann auf, ähm, dann gehen auch auf Stabbeherrschung. So, dele. Wir gehen zuerst mal nach hier oben. Schauen, ob's, ähm, Magnaniten gibt. Reise halten. Niemals halten. Reise halten. Niemals halten. Hm. Ich weiß, wer immer die Magnaniten farmt, der andere. Der ist nicht hier. Hm. Weil die Magnanitwaffen sind sehr beliebt, aber auch nur bis Level 55. Ab dann nimmt sie niemand mehr, weil sie zu schwach sind. Glaub ich. Jedenfalls. Also ich habe jetzt keinen 60er gesehen mit Magnanitwaffen. So, ein Ignis. Sammeln für Raar. Aha. Hm, da ist wenigstens ein Schatz. Ein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Gollum. Ja, wir gehen jetzt hier runter. Machen Quests. Aber jetzt ist dann der Part auch vorüber. Machen wir noch eine Quest. Kann auch ein bisschen in irgendein Sonderpaar. Ja. Ist ja ein Spezialpart. Ich wurde Jäger. Huuu. So. Das ist jetzt ich hier mit dem. Leute, drei Schätze nebeneinander. Nicht mal. Ähm, die Quest haben wir, glaube ich, schon gemacht. So, nehmen wir alles an. Gut. Wo haben wir. Also wir müssen. Hier drüben. Ähm. Für den schwarzen Käfer. Tarantel. Okay, schwarzen Käfer. Diesen hier oben. Der Stürz verursacht 663 Schaden. Oh. Hm. Ja, ich wollte ich sterben. Dann bekomme ich nämlich mein Geld schneller. Wir haben schon den Edelstein. Okay. Gut. Ähm, ich möchte gerne den Angriff noch. So. Damit wir. Ähm. Die Waffe weglegen können. Gut. Und da drüben. So. 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 Dann machen wir im nächsten Part. Ähm. Machen wir. Holen wir ein besseres Pad. Und. Ja. Labeln. Ach. Hüenen. Wo seid ihr? Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau wie man das umenden kann. Okay, dann müssen wir das immer manuell machen. Okay. Also. Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi.